Aber die Polizei wartet nur, sie zu einzukassen. Grim, ich verlasse die Festhalle. Keine Spur von den Geiseln? Nein, nur Amateure mit billiger Ausrüstung. Hältst du das noch für einen Blacklist-Angriff? Wir werden sehen. Aha. Ich höre was. Ein Bad. Wollt ihr wissen, was ich denke? Ich denke, sie sind nicht genug. Sie sehen ziemlich schade aus. Das ist nichts. Niemand hat sich verraten. Wollt ihr in einem Raum, der wie Pee schäuert? Halt es gleich hin. Das ist das Prinzip der Sache. Wir müssen sicher, dass sie zu schade aus, dass nichts zu tun. Wollt ihr wissen, wie Menschen zu schade? Du siehst sie mit dem C4. Das ist so, dass du sie zu schade aus, dass du nichts zu tun hast. Sicher, wenn du Dinge zu schade machen willst. Wo ist er? Ach, der läuft weiter. Mit seinem Kumpel. Wollen die etwa zusammen duschen? Okay. Unkleidekabine. Was für Dreckschweine. Die ganzen Geiseln sind tot. Zumindest ein paar. Ich hoffe, dass sie wenigstens nicht alle erledigt haben. Na, komm. Na? Warst du der böse Junge heute? Leise? Leise. Gute Nacht. Du warst in die Toilette. Zu deinen Schandtaten. Na toll. Na gut. Dann schmeiße ich dich halt da rein. Gehen wir langsam weiter. Okay, okay. Was haben wir? Wir haben auch noch Schlafgas. Da um die Ecke stehen sie also. Wenn ich da rauslaufe, sieht er mich sofort. Und zu zweit sind sie auch. Mhm. Okay. Jetzt wechselt er sich ab. Okay. Rüber. Das war knapp. Oh, oh. Oh, oh. Na komm, lauf weiter. Verdammt man, was für ein Blutbad. Die haben sich ja hier richtig ausgetobt. Wow. Seh nichts. Auch nichts zu sehen. Okay, wenn er noch mal nach vorne kommt. Ah, toll. Na komm, du neukierige Nase. Na komm. Komm schon. Ich glaube, es war nichts. Bin ich nothing? Ich denke nicht. Da ist der Aufzug. Eine Wache ist noch hinter der Tür. Am besten, ich verstecke dich. In diesem Raum. Komm mit. Lass mal gucken. Schau an, wer da ist. Na, mein Kleiner. Hast du auch schön brav deine Geschenke ausgepackt? Nein? Dann nimm das Geschenk! Sehr schön. Sehr schön. Überall Lüftungsschächte. Guter Zugang. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Da geht's runter. Aha. Schau an. Da sind die Geiseln. Zeit für mein kleines Spielzeug, den Trikopter. Gehen wir mal auf Erkundungstour. Da oben ist einer. Aha. Der hat gerade was gesehen, ne? Unser kleines Spielzeug hat auch Waffen an Bord. Schlafgurt. Okay. Eins. Ist doch nicht nur eine Geisel. Da sind alle Geiseln. Zwei und drei. Mit meinem Trikopter sollte ich die eigentlich blitzschnell ausgeschaltet haben. Trennen sich Vollidioten. Eins. Zwei. Und drei. Das war's. Alle schlafen tief und fest. Die Geiseln sind befreit. Grim. Geiselnehmer ausgeschaltet. Die Geiseln sind im Kesselraum. Hier ist alles mit C4 verdrahtet. Verstanden. Brauchst du das Räumkommando? Die sollen sich bereithalten. Keiner kommt rein, bis ich alles durchsucht hab. Verstanden. Na dann, ab nach unten. Die Kanalisation. Was wollen die bösen Jungs denn in der Kanalisation? Na gut. Ratten gehören. In die Kanalisation. Aber trotzdem sollte ich aufpassen. Kommt schon, Jungs. Hier platzen Birnen. Okay. Was? Da unten tunnen auch welche rum. Oh Mann. Das wird ja gar nicht einfach. Jetzt sind sie auch noch oben. Okay. Das ist doch eine heiße Angelegenheit hier. Deswegen gehen wir erstmal da lang. Niemand zu sehen. Ab nach oben. Lichter aus. Nur eine kaputte Birne. Nur eine kaputte Birne. Na gut. Wenn dich das beruhigt. Auch eine kaputte Birne. Oh oh. Um die Ecke sind noch mehrere. Da ist auch einer. Oh Mann sind das viele. Das hätte ich ja nicht gedacht. Dass es gleich so viele sind. Ah. Da kommt er ja. Mein neugieriger Freund. Und untersucht die kaputte Birne. Und er bringt auch noch Freunde mit. Na gut. Dann sollte ich euch schlafen leben. Schlaf gut. Okay. Das waren zwei. Da drüben ist mein Freund von Interpol. Hallo. Was ein nettes Geschenk. Nein, 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 nein. Verdammt. Nichts wie weg. Aufgepasst. Kumpel. Jetzt wird es hier ganz schön ungemütlich. Aber du bleibst hier schön. Er verschenkt sich. Wirf eine Granate und rein ihn auf. Inlass. Feuerstück. Warte. Lade nach. Scheiße. Das war nicht der Richtige. Achtung. Geh auf. Guter Wurf. Ah. Beglückt wünscht euch auch noch. Guter Wurf. Ich bin schon lang weg. Jungs. Auf was schießt ihr denn? Ich bin schon lang nicht mehr da. Komm her und hilf mir suchen. Licht aus. Spot on. Die Birne ist hin. Ja. Die Birne ist tatsächlich hin. Los geht's mit meinem kleinen Freund. Keine Munition mehr. Verdammt. Okay. Dann nicht. Mein Interpol-Freund ist unterwegs mit seinen Freunden. Gar nicht gut. Hilfe gefälligt. Mir geht's gut. Mist. 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 Warum müsst ihr denn zu zweit rumrennen? Feiglinge. Oh oh. Was ist das? Ein gut gepanzert da. Den gilt es von oben zu erledigen. Was schießen die denn? Warum rasten die jetzt Gottes aus? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Jungs. Irgendwie. Okay. Was sehen die denn? Oh was haben die denn gefeuert? Wir sind ja richtig geisteskrank hier. Ich glaube sie haben auf meinen Trikopter gefeuert. Das könnte natürlich sein. Die drinnen sich jetzt auf keinen Fall mehr. Hallo. So. Weiter geht's. Hier ist alles dunkel, Freunde. Hier ist alles dunkel. Ich hab's schön heimisch für mich gemacht. Jetzt warten wir. Ich weiß nichts. Drennt euch. Verteilen wir uns. Hier ist alles okay. Diese Folge ist ja ganz schön bleihaltig. Hallo. Zu spät. Ja, ja. Dein Freund schläft schon. Und Interpol wartet auf dich. Komm schon. Sei nicht dumm. Na gut, dann komm ich zu dir. Komm her. Hm. Wenn du dich klug verhältst, kommst du vielleicht wieder von hier runter. Genau. Aber erstmal fixiere ich dich. Gut, das war's. Mal weiter im Text. Niemand zu sehen. Gut. Weiter. Scheint alles sauber zu sein. Weiter nach unten. Wieso denn das? Also gut. Auf geht's. Okay, hör zu, Sam. Das ist ein alter Abwassertunnel. Wie's aussieht, führte zu ner Wasseraufbereitungsanlage. Ist vielleicht ihr eigentliches Ziel. Was zum Teufel? Die Drohne reagiert nicht mehr. Sekunde. Ich schicke noch eine. Deine Männer sind bei der Wasseraufbereitungsanlage. Wieso? Fahr zur Hölle. Ich sag's dir. Eine Biowaffe. Sie benutzen ne Krankheit. Sie vergiften die Wasserversorgung? Wie entschärfe ich die Bomben an den Geiseln? Der Code. USB-Stick am Gürtel. Ich hab dir alles gesagt. Hab dir geholfen. Du kannst mich nicht töten. Bitte. Du hast Glück. Grim? Haben mitgehört, Sam. Ich habe einen USB-Stick. Verbinde ihn mit Opsat. Gib sie ins Sondereinsatzkommando weiter und bedanke dich für ihre Geduld. Die Überwachungsdaten zeigen, dass die Transporter vom Flughafen seit einer Stunde hier sind. Scheiße. Kommen wir zu spät? Keine Ahnung. Beeil dich. Alles klar. Aber ich weiß nicht, wie viele Wachen hier noch sind. Da geht's nach oben. Die Ingenieurs sind auf jeden Fall hier am Werk. Das ist eins, was sicher ist. Oh Mann. Filteranlage erreichen. Okay. Okay. Da ist noch eine Drohne. Ah. Der EMP-Dümpel sollte sie außer Gefecht setzen. Drohne abgestürzt. Drohne abgestürzt. Gehe nach deinem Spielzeug schauen. Guter Junge. Hm. Hm. Noch eine Drohne. Verdammt. Das ist ganz schön gefährlich. Vielleicht komme ich hier irgendwie nach oben. Weg von der Drohne. Auch die sollte ich mit einem EMP-Dümpel... gleich mal wieder zum Absturz bringen. Drohne nicht länger aktiv. Oh Mann. Interessiert euch das gar nicht? Nein? Na gut. Schlusswort lustig. Sam ist da. Was? Schon wieder eine Drohne? Gibt's doch nicht. Ich mach ständig den hier Spielzeug kaputt. Und die... bringen hier das mal Neues. Die Drohne ist nicht über. Oh, die ist diesmal explodiert. Das hat sie aufgeschreckt. Eigentlich nicht meine Absicht. Aber wenigstens wissen sie nicht, wo ich bin. Heute bin ich ja mega laut. Ich sichere dich. Warum schalte ich nicht gleich eine Leuchtreklame ein? Hier ist Sam Fischer. Zu zweit. Könnt ihr Schlafgas gebrauchen. Da drüben! Nein? Ja, dann tun wir auch. Nix da drüben. Da drüben ist vorbei. Verdammte Mist. Mistdrohne. Kann ich die vielleicht auch von hinten ausschalten? Könnte natürlich sein. Schön kaputt machen, das Teil. Geht nicht. Na dann wieder mit einem EMP-Dübchen. Scheiße, die Drohne ist abgeschmiert. Wie viele Drohnen eigentlich noch? Echt. Ihr habt wohl hier ein ganzes Lager von Drohnen. Komm ich hier irgendwie entlang? Keine Chance. Die schlafen tief und fest. Ist doch jetzt nicht in ihr Ernst. Noch eine! Drohne abgestürzt! Drohne abgestürzt! Da ist der Drohnenmeister! Man schickt jedes Mal wieder eine neue Stadt. Zu gucken, wo sie ist. Das war's. Das war die letzte Drohne. Bis zum nächsten Mal. falling